Keine Ahnung So, da haben wir uns eine Schutzwall gegen Gasts Können wir hier runter gehen Nehmen wir die Werkbank gleich mal mit So, dann kommen wir hier lang Ich muss mal kurz was essen Also hier in Minecraft So, schnell was verdrückt Da ist der Generator auch schon am blinken Sechs Kabel sind also okay Wenn ich jetzt den komischen Chunk-Ding hier Den Chunk lauter platziert hätte, dann Würdet ihr jetzt den Radius sehen Wo die Chunks updated Du kannst ja den anderen bauen Hä? Hier in unserer Welt, kannst du den ja bauen dann Achso Dann siehst du ihn ja Ja, reicht das nicht schon, wenn ich den platziere Oder muss ich den bauen? Ja, du musst den glaube ich schon platzieren Ja, kannst du den bauen und ich platziere ihn dann So Und sechs E-Batterien Maa Sechs Stück Kabel, jetzt hab ich keine Kabel mehr Aha Das ist doch Mist, ey Ah doch, da sind ja noch Kabel Drei Stück kann ich grad mal machen Und noch eine Vier 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 Das Ding brauchen wir, das legen wir jetzt einfach mal hier rein, wenn Platz ist, so. So, das reicht erst mal. Ich hab keine Koppelstone mehr. So, ja, ich weiß nicht, ich hab gerade... Oh je, das kann ich ja machen, so, dann mach ich jetzt erst mal... Immer wieder auf Facebook angeschrieben, warum auch immer. Das ist mir in der letzten Zeit noch nie passiert. Jetzt wird das anscheinend wieder Mode, dass ich während der Aufnahme auf Facebook angeschrieben werde. Tut mir leid, aber... Ja, Real Life ist halt immer und überall. Gut, ein Bedpack hab ich schon mal. Okay. So, ich würde sagen, den Weg lassen wir erst mal so, dann waren wir genug in der Hölle. Wenigstens haben wir die ganzen Gasts vertrieben, die kommen jetzt nicht mehr und gehen mehr auf den Piss. Ah, ich mach das immer falsch, das gibt's nicht. Ach, Marcel hat hier schon mit Dingen mit Cleanstown ausgebessert. Ja, noch nicht alles, aber... Glowstone, hast du Glowstone? Nö. Den brauchen wir jetzt. Ja, dann nehm ich... Dann hab ich mir schnell meinen Bohrer, dann müssen wir doch nochmal zurück. Ey, warte, ich geb den Bohrer. Ne, ich brauch Glowstone Dust, aber... Der ist hier drin. Da. Was macht man mit der Lava, die ich hier hab? Lava eigentlich. Die gibst du mir mal ein. Ja, ein. Ja, das kannst du behalten. Toll, dann kommst du in die Kiste. Ich tu Lava... Ne Eimer voller Lava in der Holzkiste. Ja. Auf jeden Fall die sicherste Aufbewahrungsart. Ja. Das ist mein Eimer. Noch ist es nicht heiß. Jetzt ist es halt. Oh, heiß. Das muss mindestens einmal am Tag sein. Oh, da haben wir schon einen Schaltkreis drin in der Bergbank. Und ein Badpack. 60.000. Das ist nicht ganz viel. Ich brauch nur... Äh, du musst mindestens... Äh. Ich brauch noch nur Kobblestone. Ich brauch mindestens einen... Jetzt hatten wir so viel Kobblestone, jetzt ist alles weg, ey. Dann gib mir mal einen Bohrer, ich organisiere was. Der ist da drin, hab ich schon gesagt. Wo? Ja, da. Achso, in der Badbox. Ja. Mit dem haben wir ja Effizienz und Behutsamkeit. Und da kann ich mal die blaue Spitzerke noch ein bisschen verbrauchen. Einfach sinnlos, dass die Mausen-Inventar weg ist. Mh, da ist... Noch ein Badpack, genau. So, weg ist er. Ach, dann brauch ich ja noch so ein Teil. Wie viel Feuer ist denn hier, Leute? Mach das mal weg. 6RE-Batterien, bitte. Ja, noch 4, Mann. Mann, no. Noch 2. So, also ich brauch davon noch einen. Genau, der kommt dann da hin. Ne, da hin. Tin. Äh, er über da hin. Und noch 2. Okay. Noch eine. Ab, du scheiß Viech. Geh mir da auf die Pust. Hier hab ich nicht mehr Kabel, doch. So, da unten haben wir Glowstone gleich. Ich hab jetzt mal hier noch ein bisschen die Gegend ausgebessert. Ey, mach hin. Was die ganzen Gast hier zerstört haben. Drecksviecher. Außerdem werd ich da ein bisschen die Ding los. Oh, wir haben hier Musik. Die hatten wir noch gar nicht, glaub ich. So, nehmen wir mal den Bohrer raus. Hauen wir den Glowstone mal schnell weg. So, jetzt aber. Jetzt hab ich 2 Bad Packs. So, jetzt brauchen wir nur noch dieses Ding hier in verbesserter Form. Dann haben wir's. Au, 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 der hat wehgetan. Eui, eui, eui. Wingen wir mal hier drüben rein. Ich müsste jetzt auch mal wieder was essen. Wehgetan. Die Dinger. Na ja, gut, einer ist noch über, aber das macht ja jetzt nix. So, da hinten haben wir noch nichts. Redstone. Puh, einen tiefen Lavasee haben wir da. Lapis. Lapis und 2 Glowstone. Dann haben wir so. Achso, doppelt so viel. 4 Glowstone brauch ich. Oh, nur 2. Egal. Essen. Essen, ich sterbe. Was? Naja, noch nicht. Hä? Was war das? Nassen. Hä? Was ist denn jetzt gerade explodiert, bitteschön? Federmaus. Ja, wie soll explodieren die Viecher denn? Wie soll ich explodieren die Viecher denn? Wie soll ich explodieren die Viecher denn? Wie soll ich auslaufen die Meer? Schnitten. In die Fresse, als hätte ich nicht schon genug Energie verloren. Nee. Nee, jetzt kommen noch 2 Milliarden von den scheiß Fledermäusen. Ja, mach mal hin. Wir müssen jetzt Schluss machen. So, Level 15. Mal leider, wir müssen schon wieder... Ist es schon wieder an der Zeit? Ja, leider. Ich würde jetzt so gerne hier noch weitermachen. Aber am nächsten Mal werden wir dann wieder anfangen. Oder werde ich anfangen zu zaubern wieder. Du kannst ja, was weiß ich, bauen. Den MFSU oder so. Ach nee, wir gehen ja erstmal in die Hütte. Also gib mir mal 4 Glowsdown. 4 hoch, du. Ja. Ja, 1 Glowsdown. Mit Glück wird dann wohl... Äh... 4 rauskommen, ne? Ja. Jo. So. Mit Glück 3 hast du eine hundertprozentige Chance, dass immer 4 rauskommen. Lapppack. 2 Stück. Haben wir es ja jetzt schon. Jo. Hast aber alles Dings verbraucht. Ach, wir können die aber nur mit... Das Löpis. Warte mal, können wir die da rüber aufladen? Ne, da hin. Nein. Scheiße, wir brauchen... Hochspannung brauchen wir. Hm... Ja, nix einfacher als das. Ja, dann müssen wir das noch machen. Dann brauchen wir halt einen HV-Transformator. HV-Transformator. Habe ich aber noch nie hergestellt. Muss ich mal kurz gucken, wie wir das herstellen. Großer Speicher. HV-Transformator. Da brauchen wir einen MV-Transformator und einen Diamant. What? Ja, und sehr viel Glowsdown. Aber das sollte man machen. Oder? Können wir doch machen. HV-Transformator. Ja, einen Energie-Kristall braucht man dafür. Ist ja ein Scheiß. Warte, wir machen gleich einen MFSU, oder? Jo, dafür brauchen wir aber ein Lapis. Also können wir das jetzt noch gar nicht aufladen. Wie viel Lapis brauchen wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Lapis Pro. Ich glaube, wir haben nur elf. Ja gut, dann müssen wir halt jetzt ein... HV. Müssen wir mal machen. Wir brauchen ja nur kein Lapis dafür. Wir brauchen einfach nur einen Diamanten. Einen Diamanten kriegen wir so oder so wieder. Na gut. Also, ein Diamant. Ja, warte mal. Wenn wir den HV-Transformator haben, wie können wir den dann aufladen? Ist ja gesagt. Gar nicht. Also, wir brauchen den MFSU. Das, da geht's nicht. Scheiße, hätten wir erst mal das andere... lassen sollen. Na, egal. Weil der HV-Transformer macht ja... Hab ich das nicht schon gedacht. Von der Kleinspannung macht er ja auf Hochspannung, aber die kannst du ja nirgendwo reinpumpen, außer in den MFSU. Oder in den... Mastfabrikator, bei dem brauchen wir nicht. Na, warte mal. Was bauen wir dafür? Zehn Diamanten. Können wir uns herstellen als Gold. Und Lapis. Können wir, glaube ich, auch aus Gold herstellen. Äh, nicht aus Gold, aber aus. Ein verbesserter Maschinenblock. Dafür brauchen wir eine Carbon-Platte. Ach ja, richtig. Das war ja das ganze... Wie viele Diamanten haben wir? Keine Ahnung. Guck mal in die Kiste. So, sieben, acht, neun. Zehn. Mittlerer Speicher. Zehn Diamanten brauchen wir. Also das ist das erste. Nehmen wir mal mit. Weil wir haben keinen Lapis mehr übrig, ne? Ja, ich guck gerade, ob man das herstellen kann. Lapisblock. Ja, das ist sinnlos, wenn nicht. Ähm, nein. Können wir nicht herstellen. Normales Lapis als Item auch nicht, oder was? Nein. Du kannst alles herstellen, aber nö, das nicht. Ja, das sehe ich auch nicht, aber... Geht nicht anders. Ja, ja, immerhin haben wir schon mal einen Energiekristall. Das ist ja schon mal etwas. Gehen wir nochmal durch, aber ich denke nicht. Weil ich habe gerade geguckt, da kann man es nicht machen. Hier Stück und ein Goldkabel. Gibst du mir mal die Diamanten? Jo. Ja, die sind da in der Kiste. Ich habe es extra gelegt. Du musst, äh, ja. Zehn Energiekristalle machen. Achso, ein Elf Lapis haben wir. Nein. M. F. S. Du brauchst pro Lap- Lap- Lap-Tron-Kristall brauchst du sechs. Da wir sechs Stück brauchen, brauchen wir sechs mal... Sechs. Sind 36 und 36 haben wir nicht. Ach, wir haben mal gerade die nicht stecken. Scheiß Dreck. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal vier. Dann brauche ich noch ein Goldkabel. Ähm, also brauchen wir... Wieso haben wir so wenig Gold? Ich habe das Gold. Krieg hier drin. Goldkabel. MFE, vier Goldkabel, vier Energiekristalle, ein Maschinenblock. Ist dann MFE. Dann advanced Ding. Brauchen wir dann das Ding. Können wir das überhaupt machen? Advanced Alloy. Wir brauchen Bronze, Zinn. Ich weiß, wie das... Fined Iron. Kriegen wir zwei Stück raus. Wir brauchen davon ja zwei Stück, also reicht das. Soll ich das mal machen? Ich mach das. Bronze haben wir zwei nur. Wie macht man dann Bronze nochmal? Ähm, du nimmst Zinnstaub und Kupferstaub und legst das hier zusammen. Also drei Stück. Dann haben wir jetzt seit vier. Fünf, sechs. Dann haben wir sechs. Dann haben wir sechs Bronze, ne? Kupfer und vier. Was? Was machst du? Dann haben wir jetzt sechs Bronzebaden. Machst du das jetzt, oder was? Ja, ja, ich mach grad mal was. Dann hab ich hier. Okay, das da hin, das da hin, das da hin, das da hin. Und das machen wir jetzt kurz vor Schluss, ey. Wir haben auch Nerven. Ist egal. Machen wir halt noch zehn Minuten. Äh, da nicht. Äh, ein Maschinenblock. Mare, Fined Iron. Hab ich schon noch eins. So, dann haben wir jetzt schon mal den mittleren Speicher. Zwei Bronze haben wir. Das heißt, wir können jetzt mal hier schnell die vier Stück nehmen. Und dann... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.